Hast du schon gehört? Moise sucht eine Frau, um einen deutschen Pass zu bekommen. Die Situation um Moise, seiner Ex und dem Rapper San Diego eskaliert immer weiter. Mittlerweile ist auch die Polizei auf der Suche nach dem YouTuber. Neben Knast könnte Moise auch eine Abschiebung drohen. Also muss die deutsche Staatsbürgerschaft her. Um an den deutschen Pass zu kommen, bietet Moise lebenslange persönliche Hilfe und einen monatlichen Geldbetrag. Ob sich Moise nach den ganzen Vorfällen mit der Nummer einen Gefallen getan hat, weiß vermutlich nur er selbst. Für mehr Rap-News macht das Plus weg und folgt unserem Kanal. Wir halten nicht auf dem Laufenden. So.